Wir waren kurz weg. Jetzt sind wir wieder da. Wir sind es nicht mehr so gewohnt. Wie gesagt, das Wichtigste ist, bei dem heißen Fett geht es ja nicht mit irgendwas Nasse rein, wenn es rausgeht. Das ist sehr gefährlich. Also nur mit trockenen Gegenständen. Und einfach einmal knusprig rausbraten. Der schaut schön aus. Die zwei kommen dann auch gleich dazu. Ihr könnt das auch in der Grillpfanne machen. Seid ruhig ein bisschen kreativ, wenn ihr Lust habt, wie ihr wollt. Den Holzstab, den nehme ich gleich her. Stich da einmal durch, weil das kommt wunderbar auf unser Süppchen drauf. Oh nein. Und dann haben wir hier die Garnelen. Und schon einmal unsere erste Vorspeise. Mildgarnelen, Melone, Chimichurri. Mit Absturz. Zwei Videos haben wir auch noch nicht gehabt. Bis gleich zum Hauptgang. Schauen wir mal, ob wir dann drei brauchen. Halt. Prost. In der Zwischenzeit haben wir auch Flaschen vernichtet in dieser Pause. Und was wir noch sagen wollten, das super MacGyver Video für den Zwischengang für die Bauzis findet ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auch nochmal auf der Facebook-Seite. Der wird genauso zubereitet. Wie der letzte Bauzi. Schaut euch das an. Seid ein bisschen MacGyver der Küche. Bis zum Hauptgang. Servus.